hallo und herzlich willkommen wieder hier der hf empire ist ey du machst mir hier ein paar häuser auch hier sowas und dann brauche ich noch ein paar steine und dann schauen wir mal hier ein bisschen scouten so und das bekomme ich nicht zack zack jetzt kommen hier sogar tiger auf mich drauf was soll das nein aus ok Komm mit. Äh. So. Du tankst, du tankst. Danke. Komm mit. Wir können wieder raus. So und dann. So. Weiter. So. Sieht gut aus. Vor allem weil hier dann noch. Äh. Weil hier noch weiter. Was offen ist. Wird rot dann auch hier kommen. Oh. Okay. Alles okay bisher. Alles okay. Es läuft noch. Ja. So. Oh nein. Das ist ein Kriegselefant. Äh Belagerungselefant meine ich. Äh. Nein. Wo läuft der eigentlich hin? Okay. 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 So. Gut. Wir werden blau als erstes ausschalten. Kein Problem. Wenn die unbedingt drauf gehen wollen. Dann machen wir das. Okay. 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 Komm zurück. Puh. Hey. Hey. Ich weiß nicht, was du an ihm an. Hey. 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 Hey Jaha. Hey. 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 咔 Currently Hive benefits you. We'll move with you. ocupate your dead. Pumpulates you. Why does not stop you in there? Okay. We'll move with you. What a dudes stop now. Okay. 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 Alter, diese Monster, die nur auf die Villager gehen, so, danke. Ich brauche eine Armee, oje, Mini. Woher ist schon wieder ein Mönch, hier höre ich Mönch. Du hast ja gerade einen Tor gewohnt, ne? Du hast mir einen... Du hast einen Marktplatz geklaut? Warum? Hol mir mal wieder den Marktplatz. So, und dann brauche ich, wo wir noch ein Dorfzentrum bauen, aber dafür brauchen wir dann brauche ich Stein und dann noch mehr Stein, um es zu verteidigen. Okay, und dann brauche ich auch Gold fürs Imperialzeit. Hey, Apebe, schmalo me, naidu da ma. So. Aja, 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 Tanga. Aja, Aja, Tanga. Tango. Uuuu. Uuuu. Ah nein, komm mal wieder rein. Er heilt dagegen an. Verstanden? Oh, wir konnten ihn nicht retten. Stopp ihn, stopp ihn Stopp ihn Oh mein Gott Moment, hier kommt er wieder rein Ihr seid nicht dafür designt Okay, aber wir dürfen wieder keine richtigen Belagerungswaffen bauen Und wir dürfen wieder nur diesen Nahkampfgedöns machen So, leider kann ich Burgen nicht heilen, sondern nur reparieren Machen wir das hier mal weg So, ein paar Elefanten Aber ich darf Elefanten upgraden Vielleicht darf ich ja sogar diesmal Die Rahmenwirke upgraden, wenn ich in der Imperialzeit Darf ich jetzt nicht, weil ich nicht genug Gold habe Oder weil mir zwei Gebäude aus der Imperialzeit fehlen Eigentlich ja nicht Dürfte nicht sein So, wir haben Leute auf Holz Wir haben Leute auf Nahrung Alles ist gerade gut Zählt nur Militär Und das wird jetzt gerade produziert Das ist jetzt alles zu viel Gold Das heißt, wir brauchen hier hinten So, wir brauchen hier mal ein paar Kasernen Oh oh, 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 oh Das haben wir geteschlecht Das haben wir geteschlecht schieß mal die ab warum kommt jetzt blau auch von hier was alter äh sind deren mönche irgendwie schneller im kern als meine so gefühlt also gefühlt ist es so mach dem mönch mönch nicht na zorn danke ok wir dürfen hier nicht mehr holzer packen haben es verstanden hier dürfen wir es nicht mehr da müssen wir fast hier so das hier auffüllen wir machen jetzt den ersten angriff auf blau sobald wir noch ein bisschen mehr leute hier haben hier oh hier könnte ich holz hacken nein das ist holzfelderlager gut dann kommt ihr mir bitte auch hier hin und hackt da holz ja 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 Okay. Äh. So. Oh nein. Komm, jetzt hier rein. So. Wo wollten die jetzt hin? Oh nein, das ist eine Puak. Er macht erstmal die Rekrutierungsgebäude hier weg. Äh. Ja, ja, dödö, ich hörs. Wo ist schon wieder dödö? Komm, rein da. Ja. Ja, hier drauf. Wow. Zack, zack. Hier nett. Überall nett sein. Ohne angreifen. Mönche, ihr kommt mir hier nach. Ich brauch hier einen Mönch. Ich. Turm ist gut. Mach den weg. Noch ein bisschen Nachschub hier. Zerstört mir das. Ich brauch Häuser. Ja. Komm. Du hier. Und dann gehen wir gleich nach da unten. Okay. Komm, abstechen. Äh. Äh. Arbeiten. So. Du bauen. Bleib gut. Du bist mit das jetzt hier wieder. Okay. Was haben wir hier? Universität. Turm. Wo hab ich dich? So. Ah, ich hab genug für Imperialzeit. Okay. Okay. Oh. 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 Dann er. Ja. Lass ich machen. So. Hey. Oh. 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 Mensch. So, du kaltest an den Dorfbewohnern vorbei und hier meine Armee, die mit der Unterstützung der Burg. Ja, Arbeit leisten. Mit Unterstützung der Burg, bitte. Danke. So. Hier rein. Welcher? Q. So. Hier hin. Und raus. 600 Gold. Wo kriege ich jetzt 600? Ich habe 600 Gold. Ach stimmt, ich habe ja hier noch Leute, die Gold haben. Ah, euch hatte ich schon vergessen. Mensch. Mensch, komm mit. Du hast mir hier noch ein Haus. Okay, ich habe hier noch ein Haus. Ich habe hier noch ein Haus. Okay, ich habe hier noch ein Haus. Okay, ich habe hier noch ein Haus. Okay. Komm. Hier kommt auch hier hin. Zerstört ist. Oh, Marktplatz. Oh, mit denen können wir dann später schön traden. Ja, hier hinfahren. Okay, okay. Ich habe hier noch ein Haus. Hier rein. Aber es bleibt stehen. Los. Wir kommen hier hin. Eins. démocratisch. Denn rein. Los. Ja. So sieht das gut aus. ihr freunde mit denen sein aber ich treibe mich an und dann wollen sie auch noch dass ich unter ihnen arbeite aber du mir das mal sollte billiger sein als ihn neu zu bauen ähm das sind aber viele dorfe wohnen du ja Ja. Ah, da fresse ich eine Sekunde nicht auf und verliere so viel Stein. Mann. Äh, wir können uns wieder mehr Steine holen. Oh, verdammt. Ich brauche hier wieder meine Einheiten. Danke. Das hier bauen. Das hier hinsetzen. Die hier zurückschlagen gleich. Los. Komm mit. wir gehen jetzt auf orange eingreifen mach den weg, mach den wenn ich weg hier angreifen ok das holzverlager hier gehört uns ja hey dich du wirst ausgewählt komm hier hin mönche, ihr kommt auch mit keine Kitzerei das ist traurig Kitzerei ist so ein tolles Ding mein du mal oh 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 das waren ziemlich viele rote Einheiten wenn ich ehrlich bin platziere ich mal ein paar von den hier hin just in case ich mag nicht ein paar von den du wirst nicht ich mag dich nicht ja und ja bevor wir orange angreifen werden hier die Folge danke fürs zusehen ich hoffe ihr hat Spaß falls ihr Spaß habt lasst ein like unter dem Kommentar ja mein Name ist beim nächsten mal bis dahin tschau 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 tschau